Das nächste ist mehr ein Gedicht als ein Lied. Es ist von Robert Burns, der ist zu schotteln, was William Shakespeare ist in England. Diese ist die Beschreibung von Was passiert in Schottland. Schottland wurde in 1603 die Erhuberung von England, weil Königin Elisabeth I. starb und sie hatte keine Kinder und der Throne von England ging an Schottland und James VI., der schon König von Schottland war, wurde König I. von England und wir sind bis zu heute immer noch von den Schotten erhobert. Aber in 100 Jahren danach, also die Länder sind über 400 Jahre zusammen, aber in 1707, 100 Jahre nachdem die Königgröße zusammengekommen waren, haben die Engländer das schottische Parlament nicht abgekauft, aber die haben die Leute da mit Geld und Länder es schmankhaft gemacht, dass das schottische Parlament nicht mehr tagen sollte. Und das war der Fall. Das war der Schottische Parlament. Wie lange war die Schottische Parlament? Schottische Parlament? Schottische Parlament, 1999. The English took it away from us, I guess. Ja, das war der Schottische Parlament. Das war der Schottische Parlament für 296 Jahre. Ja, ja, das war der Schottische Parlament. Das war 1703. Und das war der Schottische Parlament. Aber also war der Schottische Parlament. Fahre. Ja, jubel. Fahre. 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 Würel ist ein wunderschönes Wort. Es kommt direkt aus der Schottischenasse. Er найдet es sich in Danish, in Norwege, in Schweischischus. Für den. Und er geht direkt insють in den Schottisch-Skrönen. ZANG EN MUZIEK 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 ZANG EN MUZIEK